und deswegen werde ich jetzt mal fragen ob die martina ein ruhiges plätzchen gefunden hat obwohl die ist ja wirklich voll in der natur das finde ich total toll wir kommen dazu martina und das ist wirklich so dass üblicherweise ist die martina diejenige die hier die moderation macht jetzt ist es ja so wenn jemand anfängt auf einmal bücher zu schreiben wo ist er dann auf der buchmesse und deswegen ist die martina heute auch in leipzig auf der buchmesse aber ich finde es wirklich wunderbar weil sie ist ja diejenige die in minuten transformiert jetzt hat sie uns auch versprochen sie könnte auch vorurteile in minuten transformieren das werden wir hören aber vor allen dingen freut mich dass sie es trotz allen möglichen schafft und sagt ich komme auf jeden fall dazu und ich würde ich werde gerne auch einen impuls zum thema vorurteile geben martina deine bühne jawohl also ein herzliches grüß gott aus leipzig von der buchmesse seelenbotschaften was die welt jetzt wirklich braucht und da schreibe ich über den frieden über den frieden der natürlich wo anfängt erstmal bei uns selber und da geht es ja auch schon los ich habe euch heute zwei zwei praktische tipps mitgebracht wie wir es schaffen aus diesen vorurteilen auch erstmal zu uns selber ja rauskommen und ich erzähle euch jetzt eine kleine geschichte und zwar in meinem ersten leben bin ich hotelfachfrau und ich habe gelernt first class gastronomie und in bei so einer first class gastronomie da ist ja alles ganz ganz fix ja und ich habe dort gearbeitet in nordrhein-westfalen in einem wasserschloss nordkirchen und im münsterland und da kommt jemand rein ich war im service der kommt rein ein älterer mann mit einem schmuddeligen mantel und ich habe das damals gar nicht gewusst was vorurteile überhaupt bedeutet denn ich bin ganz frei aufgezogen mit verschiedenen kulturen eben auch kulturmäßig keine vorurteile zu haben und sprache bei uns meine eltern waren auch beide aus der gastronomie und dieser alte herr kommt jetzt rein mit seinem schmuddeligen mantel und meine kolleginnen meine kollegen die wollten diesen mann nicht bedienen und weil ich so kindlich naiv immer noch war als junge frau habe ich diesen mann freundlich begrüßt und habe ihn einen tisch gegeben ich habe das schon gemerkt dass da irgendwas nicht stimmt so ein bisschen so ein zweier tisch und kleinen tisch und dann habe ich ihn bedient und der hat sich das teuerste menü rausgesucht den teuersten roten sein und hinten haben meine kollegen getuschelt ja ja wie kannst du das machen wieso hast du den überhaupt reingelassen der wird das doch gar nicht bezahlen das ist ein preller und da geht es doch schon los ja und ich habe den einfach weiter bedienen und damals war ja noch dem mark und die rechnung ich kann mich noch genau daran erinnern die rechnung was 97 d mark und dann bringt man das natürlich in so einer kladde die rechnung ganz fein ja in so in so einem bruch und dann noch mit einem keks oder bonbon oder irgendwas dazu und dann nehme ich diese mappe mit und dann waren da 200 euro drin dann denke ich wenn er mir trinkgeld geben will dann sind ja 100 euro bin also wieder zurück zu dem tisch und habe gesagt sie haben sich vertan da sind 200 euro drin und dann hat der ältere mann zu mir gesagt junges fräulein damals hat man noch fräulein gesagt ja junges fräulein das ist für sie denn sie haben etwas sehr wesentliches in ihrem leben schon verstanden und was ich nicht wusste ich habe das dann meinen kolleginnen erzählt wie dann die neid wie neid wirklich explodiert ist also ich hätte besser meine klappe halten sollen denn für mich waren natürlich waren 103 d mark trinkgeld ja fast so viel wie ich damals verdient habe das könnt ihr euch ja vorstellen und jetzt komme ich auch schon gleich zu meinen zwei tipps ich habe eine freundin wir haben das vorhin vom ralf gehört ich habe eine freundin die gesprecherin die heißt tracy unstoppable tracy schmidt ohne arme ohne beine und die hat ein buch geschrieben das heißt auch so unstoppable und sie sagt bitte sagt doch erst mal hallo bevor du mich siehst und mich beurteils first say hello das ist nummer eins das ist tipp nummer eins jetzt kommt tipp nummer zwei und tipp nummer zwei ist es wie oft sagen wir zu uns einfach auch mei bin ich blöd ja und meine chefin hat damals immer gesagt bin ich blöd dann habe ich gesagt wie programmierst du dich eigentlich ja wir wir bestehen zu 80 90 prozent aus wasser wir wissen dass wasser information ist unser gehirn hat 90 prozent wasser und wenn ich jetzt den ganzen tag sagt mei bin ich blöd ja was passiert denn dann ja und dann habe ich damals zu ihr gesagt du bist genial dann haben wir ein thema zusammen gelöst wir haben den drucker zum laufen gebracht da habe ich gesagt siehst du zusammen sind wir genial und da ich auf der buchmesse bieten ja gibt es auch ein buch das heißt zusammen sind wir genial mit waller und karl gamper zusammen geschrieben und da geht es auch um die sprache sprachbewusstsein um eine friedensprache wie kommen wir jetzt aus dieser nummer aus und das ist etwas das gebe ich euch mit dass wir das üben dass wir das trainieren es gibt ein wörtchen dieses wörtchen heißt intere sand interessant was ich da gerade denke interessant welche meinung ich von mir habe oder auch interessant lieber ovi was du zu dem thema gerade der für impulse gegeben hat interessant was frau doktor irmela dazu gesagt hat super also mit diesem wörtchen interessant gehen wir wohin wohin gehen wir da wir gehen erstmal in eine neutralität das ist schon mal so einatmen ausatmen lächeln interessant und wenn wir das üben dann machen wir diese welt zu einer friedlicheren also viel freude viel spaß mit interessant dankeschön ja also danke es war sehr interessant also ich habe schon mal gelernt ich mache selbstverständlich weiter danke dir danke dir für diesen tollen impuls danke dir auch die ganzen ideen die du mitgebracht hast weil das ist im grunde die basis dessen wieso überhaupt der gedanke geboren ist über vorurteile zu sprechen